... mit irgendwas und das ist voll cool, weil ich ja keine Feuer retten will und Ruhstoff sparen... Papa, guck mal! So, ne, ist endlich fertig. Tammy, was machst du denn mit meinem Handy hier? Weil er, Mädels, scheinen so als hätte meine unterschiedlichen Schlüssel... ...eine Ahnung gefunden. Papa! 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 Da haben wir die Schlüssel. Aha! Das ist unsere Info, ich hab dich zuerst gekauft. Was tut du? Holen! Ja, wir werden raufkommen. Ey, das war's! Wir müssen es mit dem Reifen. Ja! Papa, das kann man eben auch so fahren. Das kann man auch so fahren. Ja! Es kann man eben auch anders fahren. Was war's? Das war's! 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 Jetzt hat's nicht! Nein! Papa! Papa! Das war's! Das war's!